Da müssen wir lieber mal den Fernando rasieren. Der geht ja nicht durch die Rüstung. Hier, ich hab sogar eine Axt dabei. Ich rassi jetzt mal. Warte, ich lass die Hose drunter. Bäume brennen doch bei Feuer, oder? Komm her. Warte, ich stelle mich ein bisschen höher, dann geht das besser. So, jetzt. Oh ja. Oh ja.